Ich hatte ja schon angeführt, dass der Cross-Sell so ähnlich gehandhabt werden kann wie der Upsell. Beim Cross-Sell ist es nur so, dass du natürlich so richtig eine Neukundenakquise im eigenen Kundenstamm machst. Also eine Neukundeninteressierung für eine neue Behandlung. Also nochmal zum Beispiel für eine Fußpflege, die Kundin soll jetzt endlich mal irgendwann in die Kabine kommen, um ein Wimpern-Lifting oder eine andere Behandlung zu machen. Dann kannst du ihr sagen, dass du wiederum die anderen Kunden mit einbeziehst. Beispielsweise 80% unserer Kunden, Zeuge, Zeuge, haben jeweilige bessere Erfahrungen mit einer Naturwimpernbehandlung als beispielsweise nur einer Wimpernfärbung. Also 80% unserer Kunden bevorzugen eine Naturwimpernbehandlung, weil sie dadurch viel besser gepflegte Wimpern haben, die Mascara noch toller auftragen können und das Ganze eben auch im Sommer gar nicht verschmiert und toll aussieht. Wie fühlt sich das für sie an? Also du hast hier jetzt die Zeugen in deinem Kundenstamm quasi integriert und mit ins Verkaufsgespräch. Zeuge, Zeuge, Merkmal, Merkmal, Testabschluss mit eingebracht. Feuer frei, jetzt bist du dran und übe genau das direkt auch bei der nächsten Gelegenheit an deinem Kunden. Das ist das, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Das ist kein gewöhnlicher Online-Kurs, sondern einer, der dich direkt von Anfang an weiterbringt. Umsetzen musst du das jetzt.